Machste nix. Nördlicher Vorort, 5. Juli 1986, 6.18 Uhr. Okay, ich muss das Haus im Baum suchen. Das ist es, was die Ratte gesagt hat. Okay, die Tür ist abgeschlossen. Proben können wir aber auch nicht. Okay, das hat schon mal nix gebracht. Ja, das ist mir klar. Broschinski. Das ist auch mal echt zum Würgen. Okay, was müssen wir tun? Wir können nirgendwo hoch. Bin ich mal wieder verwirrt. Moment mal. Ah, warte. Vielleicht können wir ja... Ich möchte mal wissen, warum der das nicht einfach macht, wenn ich es von ihm verlange. Okay, aber das hat schon mal nix gebracht. Ich dachte schon, der Hund hat aufgehört zu bellen. So, jetzt hat er es nämlich wieder nicht gemacht. Wir müssen doch irgendwie hier rauskommen. Aber wie? Moment mal. Toll. Finde ich klasse. Kann man nicht irgendwie dagegen laufen? Nein. Was ist denn die Lösung hier? Was müssen wir denn hier machen? Okay, das war nix. Die Frage ist, ob wir überhaupt irgendwas anschießen müssen. Na klar. Oh oh. Was ist denn jetzt los, Alter? Ach komm schon. Weißt du, in so einer Panik-Situation kommt der natürlich wieder nicht auf sein Leben klar. Ja. Biss er auch nicht, Alter. Biss er auch nicht. Biss er auch nicht. Biss er auch nicht. Biss er auch nicht. So, wollen wir uns mal kurz ein bisschen entspannen. Und klettern weiter. Oh Mann, ey. Ich nehme gerade mit 8 Frames auf. Mit 8 Frames, Leute. Das tut mir wirklich extrem leid. Warte. Jetzt muss ich auch noch laufen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja, das frage ich mich auch gerade. What the hell. What the hell. Bro, was ist eigentlich dein Problem, Junge? Ja, das Spiel sieht gerade zu geil aus und es packt wirklich nur rum. So, da ist er schon mal hingefallen. Oh oh! Oh oh! Oh oh! Nein! Nein, nein, nein. Nein, nein. Das war's für uns. So ein mistiger Mist, sage ich euch. Das war nicht angenehm. Das war wirklich nicht sehr angenehm. Aber ich würde auch mal sagen, ich werde hier einen kurzen Cut machen, weil ich muss auf jeden Fall diesem Problem mit den Framedops auf den Grund gehen und ja, danke fürs Zusehen, auch wenn die kommenden Folgen ein bisschen ruckeln. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß dran. Und wir sehen uns in der nächsten und hören uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Also bis dann, Leute. Ciao. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der gute Shithead hat des Rätsels Lösung gefunden und jetzt läuft die Aufnahme besser als vorher. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie besser als vorher läuft. Ähm, das Problem war einfach, dass ich die Auflösung zu hoch gestellt habe und das Spiel deswegen in Full-HD aufgenommen hat. Äh, in, äh, doch. Full, doch. Ja, klar. Also 1600 Mal noch was war die Auflösung und deswegen hat der in Full-HD aufgenommen und deswegen hat das geruckelt. Ähm. Ja, jetzt läuft es halt wieder einigermaßen. Es sei denn natürlich, der hat die Einstellungen jetzt wieder geändert. Moment. Also irgendwie... Ähm... Ich kann es ja mal noch ein bisschen dunkler stellen. Ich kann es mal so machen. Moment. Ähm. Wir werden mal ganz kurz zurückgehen. Dann seid ihr auch, ähm, voll mit dabei und so, wie ich das alles mache. Ähm, Optionen, Einstellungen, Anzeigen, Einstellungen, bla, bla, bla. Ne, das passt alles. Okay. Na gut. Dann klicken wir auf Weiter. Da müssen wir uns das jetzt zwar noch mal anhören, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Wie gesagt, ich habe in letzter Zeit nur noch Probleme mit dem Aufnehmen und, äh... Lang wird es halt nicht mehr dauern, bis mein Laptop wahrscheinlich endgültig den Geist aufgibt. Und dann muss halt der Rechner her. Machst du nix. Ich meine, das Geld dafür habe ich, aber ich wollte halt gucken, dass ich das so lange wie möglich herausgezögert bekomme. Ähm, und so, dass dann vielleicht der Rechner nächstes Jahr kommt, denke ich mal. Nächstes Jahr sollte eigentlich in Ordnung gehen. So, jetzt warten wir hier natürlich noch mal kurz. So, und dann wissen wir ja gleich eh schon, was passiert, dass das Kabel reißt und dass wir dann ein bisschen laufen müssen. Aber das ist ja alles kein Problem, wenn wir wissen, wie es, äh, dass es eh schon passiert. Ja, das war nix, mein Freund. Da, dieses explodierende Auto macht mir auch ein bisschen Sorgen. Ach ja, stimmt, die Kisten. Ja, die Kisten habe ich jetzt diesmal natürlich vergessen. Ich meine natürlich Fässer. nicht Kisten. So, jetzt ist die Frage, ob wir hier hochspringen können. Und wir können hier hochspringen. Das ist schon mal sehr gut. Da war ein Zombie drin. Ähm, die Frage ist, wollen wir die jetzt mal hier rüberlocken? Und dann gucken wir einfach mal. Scheiße, Mann, wie kommt man hier denn weiter, so ein Mist? Ach, komm schon! Ah. Ja, das war klar, dass sie mich jetzt haben. So, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Also, man, man kann ja nicht irgendwie so, so reingehen in das Bild. Sprich, so, also, ne? Ihr wisst schon, wie ich das meine. Das ist halt nur, der Speicherpunkt ist extrem blöd gesetzt hier, finde ich. Ähm. 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 Das geht mir manchmal stellenweise so auf den Sack, dass der diesen Kack-Dingensprung nicht macht. Ne? Da schon wieder! Wenn ich doch die dafür vorgesehenen Tasten drücke, wieso macht der denn dann nicht das, was ich von ihm verlange? Boah. Ich wollte gerade ausrasten wieder. So, spring hoch. Ja, die Probleme eines Laptop-Let's-Players. Es hakelt, es ruckelt, es nimmt nicht flüssig auf. Bla, bla, bla. Herrlich. Einfach nur herrlich. So, kurz entspannen hier. So. Und dann klettern wir hier weiter. Das Kabel reißt wieder in der Mitte. Wir müssen laufen. Und, hast du nicht gesehen. Kletter doch hoch, Bro. Wenn er sich mal einfach locker über das Auto zieht. So, diesmal gehen wir hier hoch. und machen irgendwas Sinnloses. Ich bin halt gerade echt ein bisschen überfragt, was wir überhaupt machen müssen. Ach du Schande, das war ein Fehler. Okay, das, das, das war auf jeden Fall ein Fehler. wir müssen da hoch. Aber ich glaube, wir brauchen auch noch irgendwas, was wir schieben können. Aber das haben wir nicht. Nein, nein, was machst du? Alter. Das war's. Ach, komm schon. Meine Güte. Weißt du, du machst es mir auch nicht einfach mit dem Aufnehmen hier. Immer dieser ganze, boah, jetzt kriege ich schon Wutanfälle, weil meine Kack... Mann, regt mich alles auf gerade, regt mich alles gerade irgendwie auf. Leute, ich mache hier einen Rage-Cut, tut mir leid.